Ganz kurz, naja ganz kurz nicht, aber in angemessenen Kürze sage ich jetzt mal, was ist die Europäische Bürgerinstitut und wie ist der Stand der Dinge? Wir haben hier noch einen kurzen Überblick, was ist überhaupt die EBI? Ich denke, man weiß ein bisschen, das ist ein Instrument, mit dem man halt der Europäischen Kommission einen Vorschlag machen kann, sie auffordern kann, gesetzgeberisch tätig zu werden. Sie ist nicht gezwungen, dann tätig zu werden, muss aber den, zu dem wir anhören, im Europäischen Parlament und auch quasi eine schriftliche Antwort geben. Wir haben eine Sammelzeit von zwölf Monaten, online, offline, die Mitgliedstaaten überprüfen, die unterstützen. Da gibt es eine ganze Menge Schwierigkeiten, insofern, dass in zwei Drittel der Mitgliedstaaten eine Ausweispflicht vorgesehen ist, das heißt, man muss eine Ausweishnummer auf die Untersuchungsliste raufnehmen. Das ist in Deutschland nicht der Fall, das konnte Mehrdemokratie-EV erfolgreich verhindern. Aber in vielen anderen Ländern, ja, in vielen anderen Ländern ist das leider der Fall und das macht ein bisschen schwieriger. Es braucht einen Bürgerausschuss mit sieben Personen aus sieben Mitgliedstaaten und bevor man sammelt, muss eine EBI registriert werden durch die Kommission. Das ist eine formale Entscheidung der Kommission, die kann auch die Registrierung verweigern aus rechtlichen Gründen. Wenn sie es nicht tut, dann kann man mit der Sammlung beginnen. Wenn sie es tut, dann hat man Pech gehabt, beziehungsweise man kann vor den Europäischen Gerichtshof gehen und klagen. Genau, das Quorum, das hat vielleicht auch noch erwähnt, eine Million Unterschriften aus mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten, das sind der zweite Sieben. Ganz kurzer Überregel, die jetzt nicht durch alle Zahlen durch, das sind die Länderkoren. Könnt ihr kurz gucken, das schwankt je nach Einwohnergröße zwischen 4.500. Die haben sich gerade geändert, oder? Ja, genau, das sind jetzt die aktuellen Zahlen, seit dem 1.7. und für Deutschland ist es ein bisschen gesunken, auf 72.000. Genau, also da kann man sich taktischerweise mal ganz klug dann auf einige kleine Länder stürzen, um auf alle Fälle da schon mal einige Länder auf der sicheren Seite zu haben. So, wie ist der Stand der Vorbereitungen? Also ihr wisst ja, es gibt ein Bündnis, TTIP und Verhandelbar heißt das, das sind so ungefähr 60 Organisationen aus Deutschland. Dieses hat im Februar eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die besteht aus ChemPact, Umweltsinstitut München, BUND, Attac, Naturschutzbund und uns. Wir treffen uns regelmäßig am Telefon, in Telefonkonferenzen. Wir haben so ein bisschen 6, 7 oder 8 Telefonkonferenzen gehabt, in denen wir halt die Kampagne weiter vorantreiben. Folgendes ist bisher gemacht worden, wir haben ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben bei einem der profiliertesten Völkerrechte Deutschlands, Professor Kempen, Ergebnis, EWI ist zulässig. Wir haben einen Forderungstext erarbeitet, der kommt gleich nochmal. Kampagnenplan, gibt es für Vorbereitungsformen, gibt es eine Organisationsstruktur, Bündnisarbeit. Der Forderungstext ist bereits in 6 Sprachen übersetzt und auch einige andere Texte sind noch im Englischen verfügbar. Es gibt einen Finanzplan, der sieht ungefähr 230.000 Euro vor, was möglicherweise jetzt viel kriegt, aber für eine Europawarte, für eine Million Unterschriften ist das vielleicht gar nicht so viel. Da sieht man übrigens auch den Effekt der Online-Sammlung, denn mit der Online-Sammlung ist man sehr viel billiger. Wenn man das Offline-Sammeln müsste, kannst du gleich die Zahl verdoppeln oder so. Das ist wirklich schon mal nicht schlecht, kann natürlich sein, dass wir trotzdem deutlich mehr ausgeben, aber erst mal planen wir mit 230.000. Was ein bisschen kompliziert ist, dieses Online-Sammelsystem. Man kann nicht einfach irgendwie eine Homepage machen, die Kampagnen oder wir auch, und da einfach seine Petitionen drauflaufen lassen, sondern es muss zertifiziert werden. Da gibt es bestimmte Kriterien, da gibt es eine jeweilige nationale Behörde, die dafür zuständig ist in Deutschland, das Bundesamt für die Sicherheit und die Informationstechnik. Diesen Auftrag haben wir gerade vergeben, das zertifizieren zu lassen. Das wird aber erst ernsthaft bearbeitet, wenn wir auch das Ding registriert haben. Von daher müssen wir warten. Wir haben für den Bürgerausschuss jetzt sechs Zusagen. Das ist vielleicht ganz interessant. Zum einen, ihr werdet mich kennen, ein Mensch aus Portugal, einer aus Rumänien, einer aus Luxemburg und dann John Hillary aus Großbritannien, der hat relativ viel zu dem Thema TTIP gearbeitet, der ist von der Organisation War on Want. Und vielleicht kennt sie der eine oder andere Susan George vom TAC, beziehungsweise vom Transnational Institut. Susan George ist eigentlich so eine der Antigluralisierungs-Korophäen überhaupt auf der ganzen Welt. Also die ist auf allen Welten Sozialformen immer wieder auf den großen Podien und da sind wir richtig stolz, dass die zugesagt hat. Er ist schon ein bisschen älter, muss ja schon so Mitte 70 sein, aber er ist noch ziemlich knackig drauf. Und ich hoffe, dass uns ein bisschen auch dann auch irgendwie ihre Persönlichkeit auch noch verbesserten Medienzugang gibt. Und last but not least hoffe ich, meine Wenigkeit wird auch dem Bürgerausschuss angehören. Und wenn noch jemand Interesse hat, wenn ich ganz ernst meinte, jetzt brauchen wir eine siebte Person natürlich. Die werden aber wahrscheinlich aus dem reinen Gebündnispartner raussuchen für diesen Bürgerausschuss. Der Forderungstext sieht so aus. Da steht jetzt Vorschlag, aber der ist schon relativ weit abgestimmt. Ich hoffe, dass wir nicht mehr ändern werden, weil jede Änderung, wir müssen dann alles übersetzen wollen, wir müssen das neue Recht erprüfen, das ist nicht so einfach. Aber wir wollen, wir fordern die Kommission auf dem Rat zu empfehlen, das Verhandlungsmandat über TTIP aufzuheben, sowie CETA nicht abzuschließen. Weil erst mal diese Kette ist ein bisschen kompliziert. Die Kommission empfiehlt einen Rat. Es geht aber nicht anders, weil der Adressat muss immer die Kommission sein bei der Idee. Das ist halt die Grundlage. Wir müssen immer einen Handel der Kommission finden. Wenn wir es nicht finden, dann geht es mir nicht. Wir können natürlich eigentlich einfach sagen, lieber Rat, heb das Mandat auf. So, und warum haben wir jetzt uns dafür entschlossen, diese Aufhebung des Mandates zu nehmen? Wir haben einfach geguckt, was kommt zu unserer inhaltlichen Forderung. Die inhaltliche Forderung ist eigentlich Verhandlungsstopp. Rechtlich am nächsten. Das ist eigentlich das hier. Denn wenn man das Mandat aufhebt, dann ist natürlich die Verhandlung logischerweise, die auch in Verhandlung, ausgeschlossen. Der positive Nebeneffekt von der Sache ist aber, dass man damit auch denjenigen entgegenkommt, die grundsätzlich für ein Abkommen sind, aber eben nicht dieses Abkommen haben wollen. Jetzt zum Beispiel sagen, jawohl, ich bin für Zollsenkung, ich bin für die Abschaffung von doppelten Zulassungsverfahren, aber ich will kein ISS, ich will keine regulatorische Kooperation, ich will keine Positivisten usw. Dann könnte man mit ein neues Mandat machen und dann eben die ganzen Sachen da entsprechend rausnehmen. Das ist ausdrücklich möglich. Wir äußern uns aber nicht dazu, was wir wollen. Also wir sagen einfach, das TTIP bis jetzt ist wahnsinnig, weil das wäre unglaublich schwierig, sich im Bündnis mit, wie wir gleich noch sehen, über 100 Organisationen darauf zu einigen, was man eigentlich alternativ würde. Das wäre zwar super spannend, dann würde ich vielleicht auch irgendwann gerne machen, aber ich glaube, das ist jetzt, wer das gekoppelt hat, bevor das hier im Rahmen dieser EBI hinzubekommen. Über CETA haben wir gesagt, nicht abschließen, weil, sagt Sarah ja auch erläutert, CETA hat einem weiter fortgeschrittenen Verfahrensstand ist, da steht die Unterschrift oder Paraffierung des Vertrages wahrscheinlich kurz bevor und dann geht es bereits in die Ratifizierung. Deshalb haben wir hier nach Rücksprache mit unseren Juristen gesagt, gesagt, hier soll das Abkommen, wenn es denn vorliegt, irgendwann nicht abgeschlossen werden. Ja, hier kommt noch mal was zur Zulässigkeit. Also geht das überhaupt? Das ist natürlich immer eine Baustelle und ich gebe es offen zu, je näher wir jetzt der Registrierung entgegen gehen, umso nervöser werde ich. Rechtlich, glaube ich, sind wir gut vorbereitet. Also erstmal ist es so, die Registrierung wird nur bei offensichtlichen Verstößen verweigert. Das ist also keine so ganz harte Zulässigkeitsprüfung wie bei Volksbegehren, wo wirklich teilweise wieder steigend gedreht wird und man schon auch sehr bürgerunfreundlich entschieden wird. Aber hier ist es so, das muss wirklich ein offensichtlicher Verstoß sein. Das hat wohl auch damit zu tun, dass eine EMI eben nicht so eine scharfe Rechtsfolge hat wie bei Volksbegehren. Und wenn man sich die Praxis ansieht, dann ist das einigermaßen okay. Aber ich fand es gar nicht so schlimm, die bisherigen Nichtzulassungen der Kommission waren meistens, so nach ersten Draufschauen, gerechtfertigt. Deswegen hoffe ich, dass wir uns das auch so ehrlich sein werden. Wir haben ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages über einen Abgeordnetenaufrag gegeben. Das kommt zum Ergebnis, dass es grundsätzlich zulässig ist, eine europäische Bürgerinitiative zum Titel zu machen. Das bezieht sich jetzt nicht auf unseren Text, sondern es ist eine allgemeine Ausarbeitung. Allerdings sagt es genau, wo man anknüpfen kann, nämlich beim Mandat und auch bei der Nichtzustimmung zu einem Auslandbildpartum. Dann haben wir eben dieses Gutachten, was wirklich unsere Texte untersucht, das ist von Professor Kempen und der sagt eben, das ist möglich, auch die Verknüpfung der beiden Abkommen ist möglich, weil es ein innerer Sachzusammenhang ist. Wir verlassen uns aber nicht darauf und haben jetzt nochmal eine Vorprüfung gemacht, eine Voranfrage bei der EU-Kommission, schon Ende Mai, die haben uns ja noch nicht geantwortet. Die sagen immer, wir haben Geduld, aber wir wollen den 14 Tag anmelden. Und das Schlimme ist, man kann da nichts mehr ändern. Deswegen würden wir eigentlich schon mal vorher wissen, was die dazu denken. Das kann auch spannend werden. Das kann man nicht ausschließen, dass wir da auch in einen Rechtschreib kommen. Ich hoffe aber nicht. Die Zeitplanung sieht jetzt so aus. Wir wollen, das steht jetzt hier nicht so klar drin, die Registrierung Mitte Juli machen in Brüssel. Beziehungsweise machen wir das online, aber wir sind so in Brüssel, haben wir Pressekonferenzen auch. Und bis Ende August rechnen wir dann frühestens, ehrlich gesagt, mit der Entscheidung über die Registrierung. Wir haben zwei Monate Zeit, manchmal geht es ein bisschen schneller, meistens schöpfen die aber ihre Zeit komplett aus. Das heißt, spätestens Mitte September, wenn alles gut geht, vielleicht aber ein bisschen früher, ein paar Wochen früher, geht es dann mit der Sammlung los. Wir haben ein Jahr Zeit. Wir können die Zeit abkürzen, wenn wir die einen Millionen schneller sammeln, können wir auch vorher erreichen, das ist möglich. Wir können aber auch weiter sammeln, wenn wir die einen Millionen haben. Es kann dafür auch sein, dass wir die einen Millionen gar nicht kriegen, das halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Dann werden die Unterschriften geprüft, das dauert drei Monate. Das ist ein ziemlich langer Prozess. Durch die Mitgliedstaaten, reicht es dann bei der Kommission ein. Dann gibt es eine Anhörung bei der Kommission und eine Antwort. Und wir haben im Europäischen Parlament. Die Anhörung ist im Europäischen Parlament, aber ist von der Kommission. Es kommen aber viele Plattentale zur Anhörung. Vielleicht was im Wirtmisaufbau. Wir haben jetzt 120, wobei wir haben wieder ein paar interessante Mails bekommen, also wahrscheinlich schon wieder ein bisschen drüber heizt. Wir haben jetzt 120 Organisationen, die meisten davon aus Deutschland. Wir waren mittlerweile unter der Hälfte, das sah jetzt ganz anders aus, dann hatten wir so drei Viertel. Das internationalisiert sich doch immer mehr. Ihr seht ja die ganzen Länder, ich will jetzt nicht alle im Einzelnen erwähnen. Was wirklich richtig gut läuft, ist Rumänien, Luxemburg, Finnland, Großbritannien, Portugal, Österreich und auch Irland, soll ich sagen. Bulgarien wird jetzt ganz interessant. Fragt mich nicht, warum, das ist doch teilweise zufällig, wenn man so anfragt, wer gerade wir kennt. Also es war jetzt kein richtiger großer strategischer Plan dahinter. In Rumänien gibt es eine riesige Goldmine von einem kanadischen, oder ihr soll es eigentlich geben, durch einen kanadischen Investor. Und ein riesiges, total umstritten, mit Cyanid wird da gearbeitet, also mit fritzerregenden Instanzen. Es gab einen riesen Unfall in Rumänien bei der Goldmine mit mehreren Toten. Jetzt machen wir das genau das gleich nochmal, ein riesen Projekt. Und das wäre ein klassischer Fall für so ein ISDS-Verfahren, weil der Rohstoffbereich ist so ganz klassisch im Investitionsbereich. Deswegen gibt es da eine hohe Affinität, so bei einigen NGOs. Großbritannien gibt es viel Interesse. Ja, wir haben relativ große Organisationen dabei. Campag kennt ihr ja alle, mit 1,4 Millionen Interessenten. 30 Ategories ist der Partner in Großbritannien. Die haben da noch mehr E-Mail-Interessen als Campag in Deutschland, mit 2 Millionen. Some of Us ist eine europaweite Companion-Organisation, nee, eine internationale sogar, die über eine Million Adressen in Europa haben. Dann aber auch so etwas quer zu den üblichen Verdächtigen stehende Organisationen wie Brotvielwelt, evangelische Entwicklungsorganisation, riesengroß. KAB ist die katholische Arbeitnehmerbewegung. GEW als einzige deutsche Gewerkschaft, wir haben da noch eine britische dabei, Naturschutzbund, Naturfreunde, auch viele übliche, jetzt sagen wir mal, von Attang über... 2012-C, 2012-C, auch nochmal, sehr schöne Zutiefel. Genau, also es sieht ganz gut aus und wir sind auch noch lange nicht am Ende. Wir wollen in jedem Mitgliedstaat der EU mindestens einen Unterstützungsaufwand zu haben. Vorher gebe ich mich nicht zufrieden. 18 haben wir jetzt, genau. Wir haben noch nichts im Baltikum, Schweden haben wir noch nichts. So, natürlich, bei dieser EWI ist immer so die Frage, was bringt es, was sind die Risiken? Das ist aber auch jetzt so Bündnisarbeit, der absolut zentrale Konter gegen die EWI ist, das ist ja ein unverbindliches Instrument, die Kommission muss ja nicht halten, das stimmt. Die Kommission muss nicht handeln, das mussten wir aber vorher, das haben wir auch immer so kommuniziert. Wir glauben auch jetzt nicht in erster Linie daran, dass wir mit einer EWI, ich merke, das ist ja abgürzt, ungeweigertet, das EWI finde ich toll, weiß nicht, aber ich finde es super. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema, also die EWI wird jetzt nicht in erster Linie deshalb gemacht, damit wir die Kommission unter Druck setzen, weil das jetzt schon wäre wahrscheinlich etwas optimistisch. Die Kommission ist ja in dem Fall wirklich gemessbarweise befangen, weil sie ja gerade die Verhandlungen führt und auch über die EWI entscheidet und auch eine klare Agenda hat, von der sie so schnell heruntergeht. Ich glaube aber, dass es gute Chancen gibt, mit einer erfolgreichen Kampagne das Europäische Parlament, das in jedem Fall entscheiden muss, über CETA und über Tite unter Druck zu setzen. Es ist auch nach der Europawahl, ist das Parlament auch noch etwas kritischer geworden, leider muss man sagen, mit rechten Parteien. Ja, und vielleicht auch die Mitgliedstaaten, weil wir ja eben auch die Kampagne sehr, sehr stark in die Mitgliedstaaten runterberechen müssen, vielleicht auch da, wo es derzeit recht ruhig ist. Wir verweisen immer auf Right to Water als ein Erfolgsbeispiel. Die Wasserinitiative, der Wasserinitiative ist es gelungen, einen Erfolg zu erzielen, und zwar zuvor sie die Unterschriften eingereicht hat, wurde der Wasserbereich aus dem Anwendungsbereich der Konzessionsrichtlinie, dieses Projekt wie CETA, rausgenommen. Das ist ein großer Erfolg, das sieht die Initiative auch selber so. Die Antwort der Kommission dann selber auf die Right to Water als ein Team war dann eher ernüchternd, würde ich sagen. Also, Right to Water hatte nur andere Ziele für europäische Gesetzgebung, da ist es nicht viel anders geworden. Aber die Initiative selber spricht von einem großen Erfolg in ihrer Kampagne. Gut, und ich sehe eigentlich nur ein Risiko, ehrlich gesagt, aus strategischer Sicht, wenn man die einen und einen zusammengestellt bekommt, und das wird für die Teil. Wobei, das fast allen eh nicht so geht. Wir haben jetzt mittlerweile 50 oder so, 45 oder was, von denen zugelassen worden sind, hat es drei geschafft. Drei, ne, One of Us Noch, also so Anti-Absteigungs-Initiative und dann noch eine Anti-Tier-Versuchs-Initiative und Wasser eben. Und alle anderen sind total abgeschmiert, teilweise im fünfstelligen Bereich, obwohl sie teilweise interessante Themen hatten. Also es ist schon nicht einfach, das hinzukriegen, aber ich glaube auch, dass wir sich da relativ über vorbereiten, da ist der große Vorteil, dass wir nicht die ersten sind, sondern eben auch die Erfahrung anderer aufbauen können. So, und wir hoffen natürlich, dass Mehr Demokratie, dass bei Mehr Demokratie ist eben auch, ganz stark unterstützt wird. Wir haben uns das Ziel gesetzt, 75.000 Unterschriften beizutragen in Deutschland. Wir haben uns ein bisschen an das Deutsche Forum angelehnt. Ich denke, wir bleiben uns auch bei 75.000, auch wenn das Forum bei 72.000 ist, müssen wir auch die Fehlerquote ausgleichen. Und wir wollen von diesen 75.000 Unterschriften auf 15.000 neue Interessentinnen und Interessenten sein. Weil das ist natürlich auch immer ein legitimes Ziel der Arbeit von Mehr Demokratie, dass wir eben, weil wir keine staatliche Grundförderung oder sonst was haben, wir uns immer über Mitglieder und Interessenten und Spender finanzieren müssen, wollen wir das auch nutzen, um hier auch rhetorisch zu wachsen. Wir sehen bei der EWI für Mehr Demokratie, natürlich neben den ganzen inhaltlichen Punkten, die wir ja heute im Ganzen noch beredet haben, auch eine große Chance, was die Bündnisarbeit angeht, dass wir mit vielen Organisationen in Kontakt treten, zu denen wir sonst nie einen Zugang gefunden hätten. Ich wüsste nicht, wie ich sonst mit dem Deutschen Kulturrat, der ist übrigens auch dabei, gar nicht allein, wie ich sonst mit dem Deutschen Kulturrat irgendwie mal über irgendwas gesprochen hätte. Und jetzt haben wir mit dem ein ziemlich gutes Verhältnis, ich habe da schon Artikel veröffentlicht, die werden die Mitgliedszeitschaft nutzen, die Listen dort abzudrucken, die wollen die Listen in die Theater, in die Museen, in die Bibliotheken auslegen. Und wir können darüber auch vielleicht an Künstler und Kulturschaffen da rankommen, dass wir immer bei Mehr Demokratie uns im Handel angesehen haben. Also das sind so Transfer-Effekte, die werden vielleicht auch für andere Kampagnen, für andere Arbeiten bei Mehr Demokratie sicherlich gut gebrauchen können. Ich denke, wir haben mittlerweile ein sehr gutes Standing hier bei deutschen NGOs, weil wir eben diese ganze Kampagnenarbeit entscheidend voranbringen. Die ganze EWI wird organisatorisch vor allem bei uns gemacht. Also hier im Berliner Büro, wir haben hier, also die Lisa macht hier eine ganz tolle Kampagnenassistenz, ich bemühe mich mal teilweise zu tragen. Regine LaRoche macht die Pressearbeit, wir werden zwei Stellen einrichten für die EWI-Koordination, einmal europaweit, für die europaweite Koordination und dann auch für die, etwas stärker für die nationale Koordination, das wird dann auch mal mehr Demokratie laufen. Also die Fählen laufen schon bei uns stark zusammen, aber wir sind ganz klar im Hüttessenstimmen, wir fliegen alle Entscheidungen eng mit den Partnern ab und ja, ich hoffe, dass möglichst viele von euch, wenn es dann losgeht im September, dann auch aktiv mitmachen in all euren Kreisen, bei all euren Gelegenheiten auf der Straße, in euren Vereinen, wo auch immer ihr aktiv seid, am Tempelhof kommen viele Menschen vorbei, die man natürlich auch damit konfrontieren kann, dann aktiv die EWI unterstützt und würde jetzt mit diesen Worten schließen. Vielen Dank.